Musik Sieh, da steht das Erholungsheim einer Aktiengesellschaftsgruppe. Morgens gibt es Haaferschleim und abends Gerstensuppe. Und die Arbeiter dürfen auch in den Park. Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Sie reichen euch manche Almosen hin, unter christlichen, frommen Gebeten. Sie pflegen die leidende Wöcknerin, denn sie brauchen ja die Proletten. Sie liefern auch einen armen Sarg. Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Die Mark ist tausend und tausendfach in fremde Taschen geflossen. Die Dividende hat mit viel Krach der Aufsichtsrat beschlossen. Für euch die Brühe, für sie das Mark. Für euch der Pfennig, für sie die Mark. Proletten, halt nicht auf den Schwindel rein. Sie schulden euch mehr, als sie geben. Sie schulden euch alles, die Länderein, die Bergwerke und die Wolfärberein. Sie schulden euch Glück und Leben. Nimm, was du kriegst, aber pfeif auf den Quark. Denk an deine Klasse und sie macht stark. Für dich der Pfennig, für dich die Mark. Für dich, für dich der Pfennig, für dich, für dich die Mark. Kämpfe!